Turi 2 TV, des Branchenfernsehen. Stefan Negemeier, Deutschlands bekanntester Medienblogger, macht jetzt über Medien.de. Warum braucht es denn neben deiner eigenen Seite und neben dem Bildblog noch ein drittes Angebot? Also über Medien.de ist der Versuch, Medienkritik nochmal vielfältiger, professioneller zu machen und auch das, was ich bisher in meinem Blog gemacht habe, so zu machen, dass man davon leben kann. Also es soll vielfältiger werden, wir wollen, wenn wir es uns leisten können, mit vielen Leuten zusammenarbeiten und der Traum ist tatsächlich, ob wir es nicht schaffen, dass wir davon leben können. Was heißt das konkret, was macht über Medien.de anders, als du jetzt zum Beispiel auf deiner Seite es seit Jahren tust? Also zum einen wird es regelmäßiger sein. Das Tolle bei meinem Blog ist ja, ich habe da reingeschrieben, wenn ich Lust hatte und wenn nicht, dann halt nicht. Also da wird über Medien schon sehr viel kontinuierlicher, zuverlässiger, im Grunde jeden Tag aktuelle Dinge liefern. Ja, dann ist es nicht nur mein Projekt, sondern zusammen mit Boris Rosenkranz. Wir wollen die ganze Vielfalt von Multimedia auch nutzen. Wir wollen Videos machen, vielleicht fallen uns Podcasts ein, es soll Cartoons geben. Also wir wollen uns wirklich möglichst vielfältig mit den Medien beschäftigen. Nun hast du gerade gesagt, ihr wollt das Ganze auch finanzieren. Wie genau läuft das? Wir wollen versuchen, ob wir das von den Lesern finanzieren lassen können. Also der Gedanke ist, dass es eine Reihe von Artikeln gibt, die erst hinter einer Paywall sind. Das kostet 3,99 Euro im Monat. Und das ist der übliche Spagat, dass wir natürlich einerseits glauben, man muss ein paar Dinge exklusiv anbieten, damit man Abonnenten findet. Andererseits haben wir natürlich gar keine Lust, unsere Inhalte wegzuschließen. Deswegen wird es eine Reihe von Sachen geben, die einfach von Anfang an schon kostenlos sind. Und nach einer Woche, das Archiv wird komplett kostenlos, damit Leute da auch sich umsehen können, ob ihnen das gefällt, ob sie das nicht unterstützen wollen. Wo zieht ihr denn thematisch die Grenze bei Übermedien.de? Das mediale Angebot wächst ja immer weiter. Es gibt Videos auf YouTube, wo Blogger sich von Drogerieketten kaufen lassen. Es gibt Stars, die auf Snapchat vor wahnsinnig vielen Leuten senden. Wo zieht ihr da die Grenze? Wir ziehen da gar keine Grenze. Also Snapchat ist zugegebenermaßen noch ein unbekanntes Feld für uns. Aber YouTuber finde ich ein ganz normales Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Wirklich mit Medien insgesamt, mit Fernsehen, mit Radio, mit Internet und auch mit klassischen Zeitungen. Wird es weiterhin die bekannten Gegner auch geben, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, wie Axel Springer insgesamt? Ja, wobei ich jetzt gar nicht Gegner sagen würde. Also das Bild-Blog gibt es schon. Wir wollen jetzt nicht nochmal den Bild-Blog Konkurrenz machen. Wir sind auch in dem Sinne kein Watch-Blog. Also die Idee ist jetzt nicht nur Fehler zu sammeln, sondern sich wirklich mit der ganzen Bandbreite zu beschäftigen. Also klar spießen wir Dinge auf, wo wir sagen, da haben wir das Gefühl, da läuft was schief. Aber wir wollen Hintergründe berichten, wir wollen erzählen, warum sind Medien so, wie sie sind. Wir wollen auch einen unterhaltsamen, wenn es sich anbietet, lustigen Zugang zu dem Thema bieten. Und ja, da kommen bestimmt die üblichen Verdächtigen dann auch drin vor, aber das ist jetzt kein zweites Bild-Blog. Weshalb braucht denn das Genre Medienkritik jetzt nochmal ein neues Angebot neben den allseits Bekannten? Ich glaube halt, dass es sich lohnt zu versuchen, Medienkritik professionell zu betreiben und unabhängig zu betreiben. Also dass wir nicht Teil von einem Verlag sind, von einem Sender, wo man natürlich schon immer merkt, da gibt es dann so Berührungsängste. Da gibt es dann auch Punkte, wo man selber sagt, ah, da können wir uns jetzt schlecht an anderen abarbeiten, weil wir selber da nicht gut dastehen. Also diese Kombination zu sagen, wir sind unabhängig und wir wollen das professionell machen. Also ich weiß, dass es auch so ein Gefühl gibt, es gibt eigentlich schon viel zu viel Medienkritik, weil alle irgendwie auf Medien einschlagen. Ich glaube aber, es gibt gar nicht so viel gute Medienkritik. Und zu sagen, wir sind unabhängig, wir sitzen auch zwischen allen Stühlen. Wir sind jetzt nicht auf der Seite der krakelenden Kritiker immer und wir sind auch nicht immer die Verteidiger der Medien, sondern wir sagen, wir gucken uns das an, was läuft da falsch, warum läuft da was falsch, aber auch, wo läuft zum Beispiel was gut. Also wir haben uns auch vorgenommen, Dinge zu empfehlen, wo Medien vorbildlichen Journalismus machen, wo gute Sendungen laufen zum Beispiel. Stichwort Unabhängigkeit nochmal. Du arbeitest auch für die FAZ, Boris Rosenkranz, viel für den NDR, für ZAPP. So ein paar tote Punkte werden da ja logischerweise auch immer übrig bleiben, oder nicht? Nee, Idee ist, dass es da keine toten Punkte gibt. Tatsächlich werde ich meine Kolumnen weiter für die FAZ schreiben und Boris Rosenkranz wird gelegentlich für ZAPP und für Tagesschau24 arbeiten. Aber ich glaube schon, dass wir es schaffen, uns da so weit unabhängig zu machen, dass da jetzt keine toten Punkte übrig bleiben. Das haben wir uns fest vorgenommen. Nun ist Medienkritik in diesen Tagen ja eigentlich allgegenwärtig. Wie unterscheidet ihr euch oder wie wollt ihr euch abgrenzen und nicht auch zu Argumentations- oder Argumentenlieferanten für Medienkritiker werden, die das so hobbymäßig machen und mit Verschwörungstheorien verbinden? Also wir sind niemand, der jetzt Verschwörungstheorien verbreitet. Wir wollen uns seriös angucken, was läuft falsch in Medien. Wenn es dabei vorkommt, dass man auch den Kritikern Argumente liefert, dann ist das so. Also das kann jetzt nicht so sein, dass ich sage, naja, da ist schon so viel Skepsis da draußen, da können wir jetzt nicht noch darauf hinweisen, was auch noch falsch läuft. Die Idee ist schon, das aufzudecken und aufzuklären und dadurch ein Ansporn zu sein, für Medien besser zu arbeiten. Und tatsächlich auch an manchen Stellen zu Recht zu sagen, hier lohnt es sich skeptisch zu sein, was man in Medien liest. Weil ich bin niemand, der sagt, die sind alle gekauft. Aber ich sehe schon, dass es auch systematische Probleme gibt und systematische Versäumnisse in Medien, die Anlass sind für Kritik. Systematisches Versäumnis, steht denn einfach das Thema Transparenz, dass Journalisten noch viel zu wenig erklären, warum sie so arbeiten, wie sie arbeiten? Transparenz ist ein Punkt. Ich glaube, dass da Medien viel gelernt haben, auch besser geworden sind die letzten Jahre, aber dass es eigentlich da noch viel mehr zu tun gibt. Wenn man sieht, wie sehr wirklich die digitale Revolution das verändert hat, das Kommunikationsverhalten der Menschen, wo Menschen sich informieren überall, müssen professionelle Medien da noch sehr viel besser werden. Aber es gibt natürlich diese anderen Effekte, dass es einfach eine Masse von, vor allem im Online-Bereich von Medien gibt, von Angeboten, wo man sieht, da steckt fast keine eigene Recherche mehr dahinter. Da versucht man, irgendwo Content zu generieren, möglichst laut, möglichst klickstark. Das wird dann mit etwas Pech auch wieder irgendwo abgeschrieben. Das ist natürlich auch ein systematisches Problem. Und rein technisch gesehen, brauche ich eine Kreditkarte, um über Medien.de zu lesen, wie es ja bei vielen anderen Medienangeboten ist, oder wird es eine simple Paywall sein? Also es wird die tolle, super nette Paywall von Blendl sein. Das heißt, Blendl-Nutzer können uns mit einem Klick abonnieren. Und dann gibt es so die Bezahlmöglichkeiten, also PayPal, Kreditkarte, ich glaube Lastschrift und Sofortüberweisung geht auch. Das ist schon der Versuch, diese Hürde möglichst klein zu machen, die ja nicht nur eine finanzielle Hürde ist, wollen Leute bezahlen, sondern auch so eine psychologische. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da mit Blendl einen guten Partner haben, der genau das eigentlich angenehm macht, diesen Bezahlvorgang. Das ist schon der Versuch, diese Hürde zu machen.